Isabella Dartmann ist bei mir. Wie darf ich dich ankündigen? Lehrerin, Musicalsängerin, Schauspielerin, Komponistin, Texterin, Musikerin, was darf ich sagen? Ja, das war jetzt schon alles richtig. Ich bin ganz froh, dass ich ganz viel mitbringen darf und kann und auch im Musical auf der Bühne stehe und bald mit Stars, ihr Lieben, in Kempten! Oh mein Gott! Das ist ja ein ganz besonderes Highlight quasi im Vorprogramm der Allgäuer Festwoche, die ja so wichtig ist für uns alle im Allgäu. Residenzhof Kempten ist der Tatort so gesehen. Kultur im Residenzhof beginnt jetzt am kommenden Wochenende. Wir blicken ja schon ein bisschen voraus. Münchner Freiheit ist mit auf der Bühne. The Monroe's, Rockabilly-Sound vom Allerfeinsten. Denada werden spielen und der gründende Abschluss, wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt, die Musicalstars unterm Sternenhimmel. Übermorgen in einer Woche, also Mittwoch, der 9. Mittwoch, genau. Am 9.8. Und da stehst du mit auf der Bühne. Bin ich auf der Bühne mit Musicalstars bekannten wie Sabrina Weckerlin, Janet Schwertal, Marc Seibert, Bob van der Weydevin und meiner Einer. Wie hat sich das ergeben, Mensch? Erzähl mal. Ja, das hat sich ergeben. Ich bin wohnhaft in Kempten, bin aber gebürtige Saarländerin und stand schon als Kind auf der Bühne im Musiktheater Saarbrücken und entdeckte da die Leidenschaft fürs Musical. Mein Vater sagte dann irgendwann, ja, aber nach dem Abitur mach erst mal was anderes. Und so studierte ich Lehramt, aber mit Musik. Richtiges. Richtig, wie halt die Daddy sind, gell? In Zeiten von Corona war ich ihm aber sehr dankbar dafür. Und so studierte ich Lehramt auch mit Musik an der Universität Augsburg und meinen Abschluss in Gesang machte ich am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg. Und dann klopfte irgendwann das Festspielhaus Neuschwanstein ein. Das war 2019. Wie viele Rollen hast du mittlerweile dort schon verkörpert, quasi dargestellt? Du bist in Zeppelin, bist du zu sehen? Zeppelin war ich nicht, aber ich freue mich, wenn ich mit dabei bin. Nein, auch nicht. Ich bin Ludwig, unser König. Genau, 2019 ging es los mit Sibylle Meilhaus, einer großen Rolle, Ludovica, die Herzogin, ich durfte schlüpfen in liebevolle, herzlichen Rollen, so kratzbürstig, wie die Herzogin bei uns dargestellt wird. Und auch die Kaiserin Elisabeth. Genau, und da bin ich jetzt zurzeit Cover. Und beim 100 Wasser Musical Weltuhrführung war letztes Jahr, da durfte ich neben Felix Martin und Lea de los Santos Tamara Wörner und Co. auf der Bühne stehen und die Mutter von 100 Wasser verkörpern und einen Bühnentod sterben. Wow. Weißt du schon, was du singen wirst bei Kultur im Residenzhof? Ein wunderschönes Lied und auch zwei Lieder mit den Stars zusammen. Und als ich gehört habe, dass ich dieses Lied bitte singen soll, es wurde für mich rausgesucht, da liefen bei mir die Tränen, weil der Text passt so sehr, was mein Herz eigentlich spricht. Und da bin ich sehr dankbar für. Wir sprechen gleich weiter. Schön, dass du bei uns bist, Isabella Dartmann, Kempnerin, Saarländerin. Ja. Saarländische Kempnerin. Richtig. Du bist Isabella Dartmann bei uns zu Gast, Kempnerin, gebürtige Saarländerin, Musicalsängerin und sie steht am 9. August bei Kultur im Residenzhof. Kultur im Residenzhof. Du hast schon gesagt, das ist wie ein Ritterschlag, hast du vorhin gesagt, für dich, da mit auf der Bühne stehen zu dürfen. Das heißt, es war für dich noch nie der Fall, dass du mit solchen Namen auf der gleichen Bühne gewesen bist? Doch, mit Jan Ammann war ich schon auch auf der Bühne und ich muss sagen, ich hatte als Sibylle Meilhaus durfte ich schon alle trösten, alle Könige und alle namhaften Könige, die bei uns im Festspielhaus Neuschwanstein auf der Bühne standen, auch Patrick Stahnke, auch ein wunderbarer König. Und aber als dieser Anruf kam, ich bin ein Ski aus den Wolken geflogen und als es hieß, hey, wir machen das Konzert, hast du Lust, mit uns dabei zu sein, bei uns dabei zu sein? Und ich habe gar nicht lange überlegt und habe gesagt, ja, oh mein Gott, das war wirklich wie ein Ritterschlag. Das heißt, ist man dann noch so weit weg von denen oder ist man eigentlich direkt da? Also ich für mich bin immer weit weg, weil ich habe so eine Hochachtung vor deren Lebenslauf und Co. und fühle mich einfach geehrt, das mitzuerleben und mit ihnen auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das ist von mir aus. Allgäu-Hit-Verkehrszentrum. Um vier Minuten nach halb zehn. Oh, wollen wir Verkehr machen gemeinsam, Isabella? Ich hätte einmal gerne mit dir Verkehr. Wie meinst du das jetzt? Ja, komm zu mir einfach. Oh mein Gott. Ja, komm, wir machen Verkehr. Also hier, guck hier, das ist die aktuelle Verkehrsmeldung, bitteschön. Meine Damen und Herren, auf der B12 München Richtung Kempten. Kempten, zwischen Kempten und Kempten, dichter Verkehr. Ihr habt einen Zeitverlust von fünf Minuten. Das ist die Meldung von Montag, dem 31. Juli 2023. Und zu Gast im Studio heute Isabella Dardmann. Hallo, ich grüße euch da draußen. Sag mal, du hast ja schon wirklich viel gemacht in deinem noch sehr jungen Leben. Ach, du bist nett. Was magst du trinken? Kaffee habe ich dir schon mitgebracht. Ja, aber gibt es irgendwas, was du irgendwie machen möchtest? Irgendwann noch so einen Traum, den du verwirklichen möchtest? Du bist jetzt mit großen Musical-Namen schon auf der Bühne gestanden. Eine eigene CD hast du auch schon gemacht. Richtig, das war 2020. Genau. Auch Musik aus verschiedenen Genren. Dann von Rolf Redberg. Lieber ein ganzes Leben. Das Lied, was ihr als Einspieler gehört habt. Das durfte ich auch ins Englische übersetzen. Love Our Lifetime. Ein eigenes Lied für meine Tochter geschrieben. Träumeland und komponiert. Und ja, mein Traum ist jetzt eine weitere CD. Auch mit verschiedener Musik. Rock, Pop, Filmmusik und ja, ein Konzert. Beispiel? Ich liebe Doro. Auf jeden Fall. Und Pop, Celine Dion oder Pink. Ich liebe solche Lieder. Und einfach, wie bei euch, die gute Laune machen, die Menschen mitreißen. Und ja, auch aus dem Filmbereich. Das finde ich was ganz Schönes. Anders gefragt, mit wem würdest du unbedingt gerne mal ein Duett aufnehmen? Boah, mit wem ein Duett? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Also wenn ich mir aus dem Musical-Bereich aussuchen dürfte, mit Marc Seibert, Patrick Stahnke und Felix Martin. Okay. Genau. Ich nehme nicht eine, nicht eine mehrere. Jan Ammann wäre natürlich auch ein Traum. Pop und Rock-Bereich? Pop und Rock-Bereich. Freddie Mercury gibt es ja leider nicht mehr. Lebt leider nicht mehr. Das wäre so mein großes Idul. Ich liebe Queen. Robby Williams finde ich cool. Ja, finde ich echt cool. Doch. Mag ich. Let me entertain you. Yes, baby. Let me entertain. Wie wird das ablaufen am 9. August, Isabella? Ich meine, das ist diese Musical-Night unter dem Sternenhimmel. Da wirst du kein Duett singen. Du wirst ein Solo quasi präsentieren, hast du gesagt? Ja, ich habe ein Solo bekommen, aber ich werde auch bei Ensemble-Liedern mit dabei sein und auch Harmonien singen. Okay, das wird ein Höhepunkt. Das wird fantastisch und die Lieder sind wunderschön. Janet Schwartal moderiert und führt euch das Programm, wird selber auf der Bühne stehen und ihr werdet Lieder aus den verschiedenen Musicals hören. Hast du sowas wie eine Art Lieblingsmusical? Gibt es sowas, wenn man so viele, wenn man in dieser Welt quasi so tief auch drin ist? Ja. Das finde ich schwer, da eins rauszupielen. Eins ist wirklich wahnsinnig schwer. Ich liebe Ludwig, wo ich dabei bin. Ich liebe auch Elisabeth. Die Lieder aus Elisabeth. Mozart. Das sind meine Favorite Musicals. Die Päpstin. Ich finde die Rolle Johanna der Wahnsinn. Traumhaft schön. Ähm, Päpstin. Frozen. Ich liebe Anna. Oh mein Gott, ich bin selber so eine quirlige Nudel. Meine Schüler kennen das. Und ja, das sind so wirklich meine, meine großen Musical Favorites. Okay. Wir haben wahnsinnig schon viel erfahren von dir. Vielleicht erfahren wir gleich noch mehr, weil wir gleich noch mit jemandem telefonieren werden, der noch gar nicht weiß, dass wir ihn gleich kontaktieren werden. Aber wir? Das wird spannend. Man ist bei mir Kemptner, Saarländerin, also ist ja verkehrt rum, saarländische Kemptnerin, Musicalsängerin, Grundschullehrerin, was noch alles. Da kommt ja auch noch einiges nach in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Ja, ich bleib am Ball, sonst ist es ja langweilig, ne? Schauspielerei generell so, reizig ist. Ja, total. Ich liebe es. Also wie gesagt, als Kind mit Rollschulen schon auf der Terrasse rumgefahren, getrellert, die Lieder, die Filme von Disney, weil ich einfach das liebe, auch mit der Stimme und mit dem Ausdruck zu berühren. In irgendeinem Psychothriller irgendwie an der Seite von Hannibal Nektor, weißt du, irgendwie sowas? Ach so, ja, ich war das Messer. Ach so, verstehe. Ich glaube, ich muss mir Rat holen von jemandem, der dich sehr gut kennt. Oh. Ja, lass mich mal telefonieren. Ja, mach mal. Gibt es da ja noch Menschen, die man anrufen? Es funktioniert. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben ein Freizeichen. Hier, komm, komm, ja. Guten Morgen, hier ist Janet. Guten Morgen, Janet. This is Mr. Black and... Mrs. Isabella. Dartman is here on the radio. Isabella! Ja! Yes! Hi, Janet! Wie schön! Und mit wem bist du, Isabella, gerade? Ich bin bei Lars und stell dir vor, Janet, im Allgäu-Hit-Radio! Nein! Ach, wie toll ist das denn? Du bist mit Lars! Yeah! Lars! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie schön ist das denn? Liebe Grüße, Lars! Sehr schön, ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind live on air, Janet. Ach, wie toll! Und ich freue mich sehr, auch liebes Publikum von Alkohol-Hit-Radio, wie toll ist das denn? Und perfektes Timing, ihr habt mich gerade jetzt erwischt zwischen Proben für mein Dreamking-Musical. Ach, stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht, du warst unter der Dusche gestanden, gibst doch zu. Nein, die Janet ist so fleißig. Alles gut, lass uns über Isabella reden. Also Isabella, du machst gerade ein Interview, oder? Ich habe etwas mitbekommen, letzte Woche, dass du das machst. Genau, hier in Kempten, seit 9 Uhr. Und wir reden auch über, ja, unser Konzert im Residenzhof. Musical Stars unter dem Stern. Ja klar, Kultur im Residenzhof, was für eine tolle Idee, oder? Janet, jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen, natürlich, du wirst ja auch singen, natürlich, am 9. August, aber du wirst auch durch das Programm führen. Genau, ich bin mehr oder weniger Gastgeberin für das Konzert. Also die 50 von Füssen kommt rüber nach Kempten. Das ist eigentlich mein Lieblingshauptstadt im Allgäu. Und ich komme so gerne im Residenzhof und führe durch den Abend. Und es ist natürlich eine große Ehre, diese als Möglichkeit zu haben. Es wird ein wunderbares Konzert. Dann darfst du ein bisschen mehr erzählen über das, was Isabella singen wird. Ja, und Lars, du kennst mich und meinen Stil. Also den kleinen amerikanischen Touch wird auch dabei sein. Es gibt auf der Bühne eine kleine Interview-Ecke. Ich nenne das immer in Füssen Sissi Salon oder das Ludwig's Lounge. Also hier in Kempten werden wir auf jeden Fall eine Residenz-Lounge installieren, wo ich auch mit die Darsteller zwischen diesen absolut Top-Welt-Hits aus den größten Musicals auch interviewen werde. Das wir ein bisschen aus dem Nähkästen klauen. Es wird auch in Kempten passieren. Und es ist natürlich auch so schön für uns, dass wir Isabella als Local Heroin sozusagen, also Local Helden der Musical-Szene, auch mit auf die Bühne einladen können. Also Nachwuchskünstlerin kann ich gar nicht im Mund nehmen, weil die Isabella schon so viel jetzt in der kürzesten Zeit erobert hat, hier in der regionale Musical-Szene, auch als Botschafterin für Saarland und so weiter. Sie ist so aktiv unterwegs, auch in den Schulen, macht so viel, um Leute zu inspirieren, Musik in ihrem Leben zu haben. Und deswegen haben wir gedacht, sie wäre eigentlich die perfekte Wahl, um Kempten zu repräsentieren hier beim Konzert. Ist sie auch. Und du musst aufpassen, ich habe ja schon einen Floh ins Ohr gesetzt, dass sie vielleicht irgendwie eine Karriere als Radiomoderatorin auch noch in Betracht ziehen könnte. Also, naja, man muss mal aufpassen. Das könnte sie auch bestimmt anstrengen. Also die Isabella hat viele versteckte Talente. Und ihr werdet auf jeden Fall das Publikum von ihrer gesanglichen Talente erfahren, am 9. August, am Mittwochabend nächste Woche, wenn wir die Bühne rocken in Kempten. Wir freuen uns sehr. Janet, vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße zu dir nach Füssen. Liebe Grüße, tschüss, Janet. Bis dann, tschüss. Bis dann und viel Spaß beim Dream King-Proben. Alles gut, danke. Tschüss. Bye, bye. Ciao. Bye. Ach, es hat Spaß gemacht, Isabella. Oh mein Gott, ich habe mir voll die Tränen in den Augen. Alles gut, sehr schön. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Ja, ich danke ganz herzlich. Alles Gute erstmal jetzt für die Zukunft und vor allem für den 9. August. Musical Stars unterm Sternenhimmel bei Kultur im Residenzhof. Dankeschön und ich freue mich wieder bei euch zu sein und wenn ich den Verkehr vorlese. Das hat so Spaß gemacht. Das machen wir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao!